Roland Kaiser feiert das 20. Jubiläum seiner Kaisermanja-Konzerte in Dresden mit fünf ausverkäuften Shows. Zum Jubiläum veröffentlicht er eine erweiterte Version seines Albums Perspektiven unter dem Titel Neue Perspektiven mit fünf zusätzlichen Songs. Als Vorab-Singler erscheint der Song Gut, dass ihr da seid, indem er seine Fans für ihre Treue dankt. Zusätzlich gibt es Duett-Versionen und eine Neuinterpretation eines Balladen-Klassikers. Trotz der ausverkäuften Konzerte in diesem Jahr plant Kaiser bereits seine RK 50-50 Jahre, 50 hits. Jubiläumstournee im kommenden Jahr, um sein 50-jähriges Bühnenjubiläum zu feiern. Die Tour wird Open-Air-Auftritte und Stadtkonzerte beinhalten, bei denen er pro Show mindestens 50 bekannte Songs präsentieren möchte. Die Tour startet im Mai in Bad Segeberg und umfasst Auftritte in verschiedenen deutschen Städten sowie in Wien.